Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana, so wir brauchen mal ein Zapplergürtel, dann brauchen wir einen Schrumpfhammer und dann brauchen wir eine Betty, die zaubern kann. Und dann brauchen wir eine Romy, die auch, okay, der ist wieder aus der Reichweite, die scheiß Schlange. Ballonklette, hallo, darf ich agieren, danke. Nee, jetzt bin ich tot, kacke. Gut, dann müssen wir halt mal ohne Bernie auskommen. Aber das schaffen wir schon, glaube ich. Oh, Zauberlevel ab, sehr schön. Oh, nee, je, 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 je. Oh, nee. So, das kann ich aber schon bedienen, oder? Ja. Zapplergürtel. und wie haut sich eine schokolade rein nee oder so schon kann man mich und dann schnell was doch so ich hasse das kackvieh steingas aber jetzt ist es ihm sehr schön wenn wir keine erfahrung aber dafür liebte wieder so schnell gewechselt das war ein harter schlag ich sage schon wieder mindestens hin aus kein minus bisschen haue haue da ist er es gab wenn man nichts sieht ok jetzt ist es tot links oder oben was ist das hallo wir siegen drachen links vom wald um das tor zu passieren ok speichern tun wir schon geheilt werden wir nicht hallo heilen bitte ok das heißt ich brauche eine Nuss Nuss auf betty dann betty zaubern Frosta was nix Frosta doch Frosta so was haben wir hier schönes was oh ein green fuß ok da ist rot mach mit einem zieler sammeln schlatt aua scheiß green fuß mach dich platt aua du looter du ellendiges stirb 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 so das lasse ich mal in ruhe oh hallo drache machen wir mal eine analyse drauf fluggegner 2.800 99 mp wir fahren oh visurio sehr gut das heißt wir machen gleich mal hitzeklinge und Romi haut gleich mal drauf mit dem zauber oh bei betty ist visurio gestiegen sehr schön machen wir mal flammengas was hat der grad romi gehauen frosta heilen bitte frostwelle level 7 visurio bitte kloppen an dem ich schon wieder romi flammengas oh ho rückte ist der drache schon toll das ist richtig politisch aus und richtig schön er kann wieder heilen warum hat sie das ja erwischt ich die da war mitten drin warum hat die ballonkleide erwischt da muss betty aushelfen ich kann das genauso gut eis auch feuerrauch an die rom ist schon wieder platt also frost ist relativ einfach zu leveln herr hd um also bei romi muss frosten auch ein bisserl leveln okay da ist gestiegen sehr schön das glaube ich mir relativ fix heile heile bitte vielleicht haben wir zu abwechseln ganz nett bett und rum und bogen sehr schön so und jetzt wie sieht das mit den leveln aus 5 luna tippen sich bis zum level noch tun ist auch ziemlich matsch hat länger zu sagen immer noch mal null die luna tipps auch relativ weit hinten rockies relativ verdienten meisten von das foster geht den benutze ich aber auch am meisten dies auch wieder sagen und wie das der minus axi das werden hier recht über 48 das ist sehr schön ich hatte mal über 500 lieben so da haben wir noch den green fuß aber mit viel werde ich jetzt auch geheilt oder wie sieht es aus schon heilung wir schon toll hallo hallo freunde stehst was gleich ja klar doch speichern das immer toll und geheilt werden nicht hallo heilen ich muss dann wieder mal raus und hier rein okay toll das heißt ich brauche viel das heißt ich muss mal wieder zaubern was da vielen dank die freunde spiel schon speichern na klar jetzt wo ihr es noch mal raus rein na danke okay hilft uns schon nix hau 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 zaubern auch ein paar level das sind ja noch kriegen füße wir sind hier noch gott ok lasst die bösen viecher leben gehen wir nach oben ich habe keinen bock jetzt auf die viecher hier habe ich mir nach oben aber schnell aber ich will nach oben geht das ist eine verarsche dann würde ich so schnell so heilig heilig mach ich nenne ich will einfach durch die bitte einfach durch das mit durch den arzt weil ich will hier einfach nur durch einfach nur so durch halt ich will heilen aber schnell aber schnell mädels bitte kommt bitte kommt weil ich habe keine bock nicht auf die hier herr putt putt ok ich habe keinen bock in die zu kämpfen was er jetzt ist auch stark ok so stark sind sie dann auch wieder nicht aber mehrere angreifen kann was böse ausgehen was dazu wenn so ein kack sinus daher kommt sehr schön das schwert immer stärker wird werde ich auch stärker aber verdammt viel aus ok dann lassen wir den lieben hallo wie das ging es da rein ein güle küken oder wenn ich mich richtig wenn ich das richtig gesehen habe ja nehmisch hallo wie braucht hilfe normalerweise müsste das fros dafür das heißt ausweilen habe ich nicht genau geschaut was die wir tun hat die schwäche haben sie das gesehen irgendwie ist das vieh schon nervig ja bloß ich kann das vieh nur mit zauber besiegen okay irgendwie nimmt das gar keinen schaden und hier um ich kann nicht zaubern kacke was machen wir da nicht vertragen war muss fragen sehr gut und dann kann es gleich wieder weitergehen die foster hat es jetzt foster gezauberten lavawelle so viel zieht es gar nicht ab dann besiege ich jetzt noch diesen boss und dann ist sende pause heute dann mache ich ihn kraft und frost ist gestiegen sehr gut und dann ist das vieh auch schon gut wir werden wieder geheilt und dann machen wir den cut das finde ich eine gute idee schön heilen lassen und dann cut machen und spero ab und rome erreicht level 49 wette erreicht level 49 naja aber trotzdem mache ich jetzt einen cut also wir sehen uns bis dann haut rein und tschüss wir werden Untertitelung des ZDF, 2020